Wir könnten ein paar gar mehr haben. Ja, und man denkt halt echt in diesem Auto, du nimmst die ganze Strecke ein, ne? So geil. Ja. Neopard 3! Ja, obwohl das ist ja ein englisches Auto, ne? Ja, gut, dann ist das ja M, äh, wie heißt denn? Nee, das ist ein Army-Panzer. Okay, der neue Sherman. Sherman ist nur ein englischer Panzer. Zeigenwerfer könnten um, weiter leuchten. Ah doch, 40 GB. Ja. In der Nacht muss man eigentlich die Strecke im Schlaf beherrschen. Ja, muss man. Aber ich finde die Nacht schon cool. Der redet schon von überholen, ja. Ich soll quasi diese halten. Ja, bei mir schon. Uhhh. Das ist nicht voll, Agenlich. Du. Geil, gab es hiervon überhaupt noch ein paar andere Lackierungen für den Fang? Jaja, mit den grünen noch. Ja, ein paar andere Startnummern. Mit der 8, ne? 88. Achso, ja. Ja, ist okay. Trotz Windschatten ziehst du noch weg. Hahaha, okay, das geht auch nicht. Hahaha, da war ja aber Schuss in den Ofen, wa? Ja. Hast du Zeit drauf ergassiert? Ja. Ich vergesse auch ganz gerne mal bei dem hier zu schalten. palab Weifen mit Weifen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe eben gerade zwei wagen lenken später gebremst auf der kurve eben hier trotzdem noch relativ gut durchgekommen wenn das ding den anker wirft ich klatsche im kopf vorne auf armaturen brennen den punkt beobachten gegen kräften viel anders als im m3 kräfte sind ja alle gleich gut je mehr kraft du auf die bremse wirkst ach so beim brennen und die bremse mit meinen drei ich sag halt hier können die holi sein porten ein mega vorteil allerdings rutsch ja war nett feicher ich mir mal gucken wir das mal an jetzt mich um cool aus im dunkeln gut pränke ja ich auch rot k k k k k Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieht lustig aus. Siehst du richtig, wie man mit dem Link gerade wackelt? Das wackelt ganz auch so. Und noch für nette Autos. Was hast du gesagt? LNP A1. Aber stehen die bei L oder? Nee. Nee, zum Beispiel der andere Bandlay ist in LNP. Nee. Das ist noch ein wenig. Guck mal. Ja, ja, das Spiel 8. Guck mal. Nee, nee. Der B, B. B, wie bescheuert. Oder der Audi. Geh mal auf Audi. R8 81. Der Speedachter, das ist einer. Ja, der marschiert auch. Der R18 oder was? Ja, der TDI R18 von Audi ist auch einer. Der RWD LNP A1 ist einer. Ja, da war er. Wenn wir gerade bei Bentley sind, geht's mal in Bentley. Ja. Ähm. 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 Nein, nee. Ich hab eigentlich mit Dieter gesprochen. Guck mal, ob er sich so ohne Einstellung fährt. Die liegen gut eigentlich. Komm mal rein, oder? Ja, klar. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020